Kupfer weiß ich von Feet the Beast, das braucht man richtig viel, glaube ich. Obwohl wir eigentlich nicht bei Feet the Beast sind. Alter! Meine Fresse. Aber ich will einfach sagen, dass wir hier erstmal so einigermaßen alles in unser Backpack packen. Wie geht denn das Große? Was? Fuuu! Das kenne ich auch, das ist von... Boah, frag mich nicht. Den Mod kenne ich aber... Wie der heißt... Keine Ahnung. So... Das, 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 das. Das, das. Das, 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 das. Das vielleicht noch ein... Gut. Tada! Versuchen wir das da alles mal reinzupacken. Wenn nicht, können wir ja nochmal ein Backpack machen. Also sind da jetzt alles drin. Zinnerz. Tada! Tada! Da... Ich glaube wir machen gleich nochmal eins. Acht? Achso. Das ist ein normales Backpack. Ja, komm. Braun. Da ist nicht drin. Dann packen wir da einfach mal... Ah, das kann ich da nicht reinpacken. Okay. Was ist denn das? Cobblestone? Ja, komm. So. Einfach mal alles da rein. So. Ah! Das reicht. Dann brauchen wir die Werkbank vielleicht noch. Aber die Kisten kann ich eigentlich stehen lassen. Und... Die Fackeln habe ich dabei. Ah, guck mal hier. Dann muss man bloß ein bisschen genauer hinschauen. Weil dann sieht man das Ganze hier auch. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das wie ein Feater Beast ist. Dass es dann auch gleich... Da rein... Nee, geht's nicht. Das heißt, man müsste das wieder separat in den Backpack dann rein. Aber bei Feater Beast war es ja so, wenn man das einmal in den Backpack hat... Ähm, ging das ja dann automatisch da rein. Irgendwie sowas. Ah, das geht irgendwie nicht. So. Zinnerz. Flaschversteine. Und das war, glaub da. Oder war's halt auch nicht? So. Wat? Wo? Oh Gott! Ich hab mir auch ne Eisenrüstung machen können. Miau, 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 miau. So. Zumindest ne halbwegs gute. Aua, aua, aua. Ich hätte mir auch ne Diamantaki machen können. Schlauberger! Boah. Juli denkt beim Spielen mal wieder nicht nach. Warum verschwinden diese Teile hier? Das macht mir irgendwie Angst. Ich hab keine Ahnung für was hier die Meteoriten-Dingsbums sind. Ich nehm's einfach mal mit. Weil ehrlich... Lieber haben wie nicht haben. Sag ich euch ganz ehrlich. Nicht, dass wir da halt... ...später irgendwann das mal brauchen und das dann nicht haben. ... Kupfer weiß ich von Feed the Beast. Das braucht man... ...richtig viel. Glaub ich. Obwohl wir eigentlich nicht bei Feed the Beast sind. ... 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 die Teckung Knochen was nützt mir stinknormale Kabel sonst mit dem Knochen raus was zum Hexe du verwirrst mich hier und sie gehen wenn ich mir nicht so sicher wird es brauchen weil er meine Welt Prozent Prozent wenn ich den Bogen die Fledermäuse Töte ja das frage mich auch muss ich mal ganz kurz was schauen dann so das brauchen wir nicht nur so und zwar habe ich ja mal wieder ein paar Themen weil die habe ich mir diesmal auf dem PC notiert denn Papier ist ja irgendwie ja keine Ahnung ich habe es einfach mal auf dem PC notiert und ja da ist mir zum Beispiel eingefallen ja was ich so für Musik eigentlich höre also ich habe keine Ahnung wie man das nennt aber ich höre eigentlich das so was aktuell in den Charts läuft also von ich sag mal David Ketter von ich sage immer mal das was was so aktuell in den Charts läuft weil das mag ich auch eigentlich weil und ich ich habe ja nicht irgendwie so einen speziellen Stil wie zum Beispiel Rap oder so wenn das mal in einem Lied vorkommt klar kann es mir auch mal gefallen aber ähm das ist dann ich würde das mal in einem Lied ich würde das mal in einem Lied noch in einem Lied ich würde das mal eben nicht